so kriegen wir heilung oder komme ich als affe mit ich glaube ich habe so eine ahnung keanu v macht ein heiler und eisenfried macht auch ein heiler das ist der junk verteiler der ist neu da muss der aber wirklich brand eisenfried eisenfried macht auch ein heiler wie ich es gesagt habe das ist ein ganzes team vierer team machen alle heilung ist ja der wahnsinn auch ich sag mal so wenn die nicht erst seit letztem spiel zusammen spielen wo sie durchgezogen wurden können die vielleicht was das stimmt das gibt es ja auch noch das haben wir auch mal gemacht mit dem mit deutschen aber das ist eigentlich gut gelaufen kannst du noch erinnern an das wo wir wirklich sechs mann deutsches team das ist ewigkeiten schon her behauptet jetzt einfach mal das waren echt coole dudes und die habe ich immer noch in der freundes ist dies noch manchmal online ich glaube der eine hat mich auch geschrieben aber dann wirklich weiter mit denen zu spielen ich weiß nicht das wirkt so befremdlich hilfe die sind gut mit dem spiel ich nicht mehr ja es hat echt spaß gemacht die war noch voll nett ich weiß aber nicht was nicht reitet aber ich mit ein freund scheint ja auch ich bereite dich ich reite dieser oder so wenn sie ja noch ist denn hier hinten eigentlich wir sterben warum habe ich auch nicht autorisiert wir haben eine widow ja wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein weißt du auch wo die ist da hinten irgendwo da so eine sehr hilfreiche aussage da wo ich hinschieße ungefähr vielleicht auch da manchmal oder da hinter uns ist was sehr gut einer ist reingetreten gott sei dank ich bin nicht mehr nackig ich bin wieder nackig ja das problem ist dass ich halt echt ständig nackig bin habe ich angst das hat nur einen erwischt hat nur einen erwischt ich dachte ich komme genau auf die freie stelle hallo lieber zuschauer bist du etwa auch verstorben ja leider oh wir sind alle verstorben sehe ich gerade hm komm plätze oh die haben einen geschützt sie hat pop gezündet ich finde es gut dass keiner von euch erwischt wurde ja ich habe ein bisschen impositioniert und Ka stuk grim her Bronx ich habe den Weg verö nuc komm du gehst dir alleine ja als Babys diva ja natürlich der ist noch SOLO TOKYO Warum stirbst du nicht? Okay, das habe ich jetzt so nicht gemeint. Hallo. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja noch Zeit. Das ist doch Pay2Win. Du kriegst ja schon Hilfe. Wollen wir auf unser Team warten? Vielleicht so ein bisschen. Oh, es leckt gerade. Es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Jetzt geht es wieder. Das Problem ist ja, dass ich nebenbei YouTube aufhaben muss. Da weiß ich noch nicht, wie ich mich das mache. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ja. Gute Runde. Gute. Sie hat Geld. Punkt der Stand. Eins. Zu Null.